Zusammen mit meiner Frau Madeleine habe ich in Lieschel, der Nähe von Basel, oberhalb von einer Schreinerei, die Firma Bachem gründet. Wer hätte gedacht, dass wir heute, 50 Jahre später, über 1300 Mitarbeiter sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.